Moin, ich bin Sina und ich zeige euch die fünf größten Neuerungen des neuen Fünvers. Erstens, der neue Fünver kommt erstmals auch direkt als i5, also elektrisch. Beidens, die Niere gibt's nun auch beleuchtet, BMW nennt das Iconic Glow. Drittens, der Bezug im Innenraum ist serienmäßig vegan, das wird dann Vegansa genannt und soll lederähnliche Eigenschaften haben, optional gibt's aber weiterhin Merino-Leder. Viertens, richtig cool, als erstes Fahrzeug hat er vom Kraftfahrtbundesamt eine Ausnahmeregelung erhalten, die es ihm erlaubt, bis zu 130 kmh teilautomatisiert zu fahren. Fünftens, Marktstart ist ab Oktober 2023 und ihr bekommt ihn ab 70.200 Euro. Für noch mehr Infos zum neuen Fünver, guckt bei uns auf dem YouTube-Channel vorbei.